Heute stellen wir Ihnen die Sonderedition Lambda 175 Years Watchmaking Glashütte vor. Die limitierte Auflage entsteht zum Anlass des Jubiläumsjahres 175 Jahre Feinurmacherei in Glashütte. Das Modell Lambda trägt Techniken und Verfahren aus 175 Jahren Uhrmachergeschichte in sich. Erfahren Sie in diesem Video, wie sich Tradition und Handwerkskunst in einer außergewöhnlich feinen und präzisen Uhr verbinden. Die limitierten Jubiläumsuhren haben ein neues Gehäuse aus Edelstahl, Zifferblätter in dem Maiweiß, Schwarz und Blau und sind nach Chronometerwerten reguliert. Gefertigt werden 175 Exemplare in jeder der drei Farben. Lambda, der Name der Uhr, kommt aus der Mathematik. Als Formelzeichen steht Lambda für Eigenwert, also ein Wert, der aus sich selbst heraus entsteht und beständig ist. Und genau das ist Lambda, eine Uhr, die Feinurmacherei und Präzision vereint, eine Uhr, die den Alltag ihrer Träger bereichert, eine Uhr für ein langes Leben. Wir von Namos Glashütte sind Teil einer lebendigen Geschichte. Wir bewahren 175 Jahre handwerkliche Meisterschaft und verbinden diese mit Instrumenten genauer Präzision. So entstehen anspruchsvolle, unverwechselbare Unikate für den täglichen Gebrauch. Lambda verfügt über eine Komplikation, die 84 Stunden Gangreserveanzeige. Unsere Konstruktion des Doppelfederhauses ermöglicht eine außergewöhnlich genaue Anzeige. So können Sie auf die Stunde genau ablesen, wann Lambda aufgezogen werden muss. Das Zifferblatt ist präzis gestaltet und sehr gut ablesbar. Eine feine Zeichnung und die Fadenzeiger betonen die Genauigkeit von Lambda. Mit den vier Geraden, die über den drei Kreisen auf dem Zifferblatt zu schweben scheinen, wirkt Lambda wie ein kinetisches Objekt. Die emaischimmernde Oberfläche gibt den Zifferblatt Tiefe, ein Effekt, der durch eine leichte Wölbung des Blatts unterstützt wird. Auch das Saphirglas ist gewölbt und verstärkt den kostbaren Glanz der Uhr. Das Gehäuse von Lambda ist aus Edelstahl. Bei 40,5 mm Durchmesser hat es eine sichtbare Höhe von 7 mm. Feinohrmachereien Stahl zu präsentieren ist ungewöhnlich. Für uns verbindet Stahl, 175 Jahre Glashütter Handwerkskunst und heutige Alltagsansprüche glänzend. Beim Design von Lambdas Gehäuse gelingt es zwei Welten zu verbinden. Das sorgfältig gestaltete Zifferblatt und die komplexe und opulente Mechanik des Uhrwerks. Eine ungewöhnlich schmale Lünette rahmt das Zifferblatt. Das Werk wird durch einen breiten Rahmen sicher gehalten. Dadurch erhält das Gehäuse die Form eines Radiodroms, also eine Kurve, deren Radius sich verringert. Die Bandanstöße nehmen die Kurvenform des Gehäuses auf. Lambdas Gehäuse, eine Skulptur in sich. In Lambda läuft das Kaliber DUW 1001. Deutsche Uhrenwerke Nomos Glashütte. Das erste Uhrwerk von Nomos Glashütte, das diese Bezeichnung trägt. Bei einem Durchmesser von 32 mm hat es eine Werkhöhe von nur 3,6 mm. Die besondere Komplikation dieses Werkes ist die außergewöhnlich präzise 84 Stunden Gangreserve. Ihre Genauigkeit wird durch unsere Konstruktion der zwei Federhäuser ermöglicht. 29 Rubine sorgen für eine reibungslose und langlebige Funktion der Uhr. Vier der Rubine lagern die beiden Federhäuser. Je zwei Rubine verwenden wir für die Zapfen von Unruh, Anker, Ankerrad, Sekundenrad, Minutenrad, Kleinbodenrad, auf Abscheibe, Ablauf-Zwischenrad, Ablaufrad und Federhaus-Zwischenrad. Dazu kommen noch zwei Decksteine für die Unruh, zwei Palettensteine für den Anker und der 29. Rubin fungiert als Hebelstein. Sechs der Rubine sind in verschraubten Goldschartons gelagert. Das sieht heute noch genauso schön aus wie vor 175 Jahren. Unsere Goldschartons werden in Holundermark gedrückt und aufwendig von Hand poliert. Die Kanten, Innenkonturen und Bohrung anglieren und polieren wir ebenfalls von Hand. Einzelne Stahlteile werden schwarz poliert. Auffällig sichtbar auf der Dreiviertelplatine haben wir Lambda etwas Einzigartiges mitgegeben. Die Nomos Sonnenstrahlenschliff. Diese erweitert den traditionellen Glashütter Sonnenschliff auf den Kronrad und bringt die Sonne zum Strahlen. Es freut uns die Glashütter Tradition, um ein weiteres Schliffbild bereichern zu können. Das Reguliersystem aus Schraubenunruh und Schwanenhalsfeinregulierung ist ein Merkmal historischer Glashütter Uhrmacherkunst. In Lambda regulieren wir auf Chronometerwert. Die geschwungene polierte Feder der Schwanenhalsfeinregulierung liegt elegant auf den Unruhkloben. Dieser Unruhkloben ist eine Meisterleistung und drückt unseren Stolz sowie die einzigartige Herkunft dieser Uhr aus. Er trägt die handgravierte Botschaft mit Liebe in Glashütter gefertigt.